so alle steckdosen eingezeichnet links vom bett schalter 19 unten zweimal strom rechts vom bett schalter 19 unten zweimal strom in der kommode zweimal strom oben temperatur schalter 19 einmal strom mehr gibt es im schlafzimmer nicht flur schalter 18 lampe 18 mit bewegungsmelder schalter 9 treppe runter unten strom kinderzimmer 2 temperatur oben schalter 20 deckenlicht strom zum fenster rechts strom links netzwerk rollo ist klar zweimal strom in der ecke rollo ist klar die vierer leiste zum fenster hin dreimal strom zum rauminneren netzwerk kind 2 fertig kind 1 oben temperatur schalter 21 strom zum fenster vierer leiste zum fenster hin dreimal strom rechts netzwerk rollo in der ecke zweimal strom rollo ist klar links vom fenster netzwerk und zur wand hin strom badezimmer oben temperatur schalter 22 deckenlicht unten strom für eventuelle heizung waschbecken bereich rechts schalter für 23 23 hier oben licht strom 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 rollo ist klar mehr gibt es hier nicht eingangsbereich oben klingel schalter 07 0908 strom temperatur schalter 07 17 für das kleine wc strom 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 rollo ist klar kühlschrank strom 3er strom licht strom 3er steckdosen strom rollo ist klar strom für schulspülle strom für herz strom für abzugshaube 3er steckerleiste strom rollo 4 schalter 16 außenlicht großes fenster in der ecke dreimal strom zur wand hin netzwerk steht hier ein fenster vor ganz oben beim großen fenster sind wir ganz oben rollo 2 rollo 3 schalter 15 kommen wir zu denen ganz oben licht 17 rollo 1 das ist terrassensteckdose einschalter und strom unten ist ein zusätzlich hinzu gekommen strom links sound in der ecke rechts strom mittel strom ganz links sound die große leiste strom 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 netzwerk tv sound in strom kaminwächter strom licht 13 licht 12 strom ausgang wohnzimmer temperatur flur innenbereich oben temperatur schalter 07 fürs flur licht licht 04 keller arbeitszimmer temperatur temperatur deckenschalter 08 strom zweierleiste hinten an der wand zweierleiste an der wand ohne fenster links netzwerk mit dem strom strom rechts netzwerk das gleiche am fenster links netzwerk strom strom netzwerk keller flur oben temperatur unten licht hobbyraum oben temperatur licht schalter für beamer unten strom rechts strom rechts strom rollo ist klar die große leiste links strom hdmi netzwerk tv strom saunkabel legen wir noch oben strom steckdosenleiste für leinwand in der ecke strom hier kommt alles aufputz zwei leitungen gehen raus in der hinteren ecke zwei leitungen gehen raus deckenlampe geht raus und das fränkische leerbau mehr spartenanschluss nicht fränkisches leerbau so auch hier vororts raum das gleiche oben drei ausgänge alles aufputz deckenlampe und hinten nochmal für die steckdosen